Wer war von uns als Kind am süßesten? Ich glaube, Adam war da ungefähr drei Jahre... Da war ich noch ein Kind. Was bist du jetzt? Ich bin Vater geworden. Zeig euch jetzt ein richtig peinliches Video von Abdel von damals. Ihr lacht bei mir schon. Ich wusste es, ihr schwebt. Hier ist Adam, wo er ein Jahre alt war. Da war ich noch auf dem geraden Weg. Wo bist du jetzt? Er ist nichts abgewogen. An alle, die immer kommentieren, ich habe einen Crush auf Abdel. Er hat seine Waren, die wir schon gefunden haben. Nur zeig doch mal ein Bild von dir. Bei mir gab es damals keine Kameras. Hä, auf zu labern. Guck doch mal, wenn ich mein T-Shirt habe. Guck doch mal, wenn ich mein T-Shirt habe.